Die schnitten. Mhm. Danke. Danke. Und für Bilk hab ich mal das neue Larrys geopfert. Aha. Bin in der Mitte. Ich bin noch ran. Oh Baby, Achtung. Ja. Ich bin auch bei der Mitte. Ich bin noch im Ausgang und mach den... Ich hab ihn hier. Er macht seinen Power Brüssel. Ruhe ihn. Der ist hinter mir her. Wie funktioniert das? Weil du weg gehst, geht's zurück. Okay. Er hat auf jeden Fall eine mega große Reichweite. Mit seinem Schockangriff. Gcoon. Wo ist er ist? Oh? Hinten? Ahhhh. Uuh? Ahhhhh. Ahhhh. Scheiße. Oh no. Ah, ich habe jetzt einen Fahnen geholfen. Kannst du das? Ich mach den Schein noch, weil ich dann komm gleich. Irgendwer jumpt grad zu mir? Ja, müsste der Randy sein, vermutlich. Er heilt mich auch gleich. Irgendwo gleich ein Gen? Berg, was brüllt du hier so rum? Deine Mitter ist fertig. Im Büro ist kein Gen? Ne, ist schon seit Ewigkeiten hinter mir her, Alter. Ich bin hier nur im Renner. Ich kenn mich null mit der Map aus. Du musst nicht mit der Map ausgehen. Hier! Ah! Oh Leute! Nein! Fuck! Achtung, der Konzug! Naja. Der Versuch war das Pferd. Wir wissen wenigstens, wo das Verfruchtet worden ist. Ist das einer der Randy, der grad versucht, den aufzuhalten? Das ist süß von ihm. Er hat's fast geschafft. Mein Gen war fast fertig am Ausgang, ne? Oh, der ist jetzt mega pissig auf mich, ey. Ich werde hier runtergehoben. Ich versuch, zum Ausgang irgendwo zu gehen. Und den Gen zu suchen. Direkt am Ausgang? Ja. Krass. Der Gen ist wieder komplett auf Null. Ja. Ja, das ist in Ruinen wahrscheinlich noch gewesen. Ja. Das ist eine asoziale Scheiße, Alter. Das ist ja lächerlich. Das hättest du sagen müssen, als er dich gehirrt hat. Habe ich doch gesagt. Dann hätte ich gleich jemanden hingehen können. Ich hab doch gesagt, dass er zu mir kommt. Naja. Wenn du's sagst, der kommt zu mir. Ich bin am Gen, dann weiß ja keiner, dass du... Drei Viertel fertig bist. Hm. Okay. Ich hab ja davor gesagt, was es hier mit dem neuen Ruiner auf sich hat. Und so, dass ich am Gen direkt da rauskomme. Ja, das neue Ruinen, wenn du den Gen loslässt und keiner dran ist, wird er bis zu 200% schneller zurückgesetzt, als normal der Fall ist. Ja. Hab ich dann bemerkt, dass er dann fang ich den Gen nochmal an von vorne. Ja, in Ruinen ist er jetzt weg. Ja. Fuck. Jetzt, wieso... Was, Dani, was mach ich denn falsch, das hart dem Nebel bei mir nicht funktioniert? Ja. Oh, was ist da? Oh, was ist da? Was ist da? Wenn du schreist? Äh, da hab ich noch nicht gebrüllt. Du musst, äh, im genau richtigen Moment halt X drücken, damit du einmal nach vorne sprintest. Sorry. Ja, weil, hab ich nicht X die ganze Zeit zur Auswahlmöglichkeit und kann es einsetzen, wann ich möchte? Ja, du kannst es einsetzen, wann du möchtest, aber, ähm, du kannst es halt nicht, äh, fünfmal hintereinander drücken. Das geht nicht. Ja, bei mir geht's gar nicht. Scheiße. Das kann sein, wenn du aufgeschrien hast, dann geht das vorher ein paar Sekunden nicht und nachher auch nicht. Ich hab's gedrückt, bevor ich gebrüllt hab. Ich hab nur gebrüllt, weil ich... Was sind denn hier her, Leute? ...wo an einem Gegenstand halt war und nicht weiter konnte und dann ich brüsseln konnte. Och, man. Und langsam nervt es mich, weil ich hab keinen Bock, das ständig zu benutzen und deswegen drauf zu gehen, weil es nicht funktioniert. Ja, macht, wie gesagt, das Gameplay jetzt nicht davon abhängig, weil das harte Nebenfunktioniert bei mir auch nicht immer so, wie ich mir das wünsche. Naja, es geht nicht darum, dass ich's im falschen Moment einsetze, sondern es geht darum, dass ich's gar nicht einsetze. Guck dir doch nochmal Tutorials an, vielleicht machen wir irgendwas falsch oder so. Es ist auch bei mir ausgegraut. Ja, äh, weil du kannst es nur einsetzen, solange du keine Erschöpfung hast. Ah, okay. Ich hab recht, Wahnsinns, Stufe 1 und sonst nix. Dann kannst du es nur einsetzen, wenn du verletzt bist. Ach ja, das hast du schon gesagt. Das heißt, äh... Ich geh auf die Nüsse einfach. Das geht mir richtig auf die Nüsse. Wenn ich's frei hab, kann ich's auch gar nicht schallendig benutzen. Ne, das ist nicht kombinierbar. Der Typ ist echt geil, der, Randy. Mhm. Carina und ich hatten letzte Woche auch noch mal ne Runde gehabt mit zwei, die ne Taschen aber hatten. Die hat uns dauernd runter geholt, ey. Der Killer ging dann raus. Ja, der Killer ging zum Schluss raus. Krass, ich muss sagen, der Typ ist echt gut, aber... Mir geht es so auf die Nüsse, alter. Der ist die ganze Zeit hinter mir her, verfickt nochmal. Der ist nur hinter mir her, der Typ. Was ist das für ein Spasti? So eine Missgeburt, alter. Was für ein Arschloch, alter. Scheiß Kack, Randy. Ich bin am Einzel-Gen dran. Ich bin am Einzel-Gen dran. Ich meine, er ist schon über die Hälfte. Aber jetzt kommt der Dude. Ich mach meinen Gen kaputt und das ist ärgerlich, weil ich über die Hälfte bin. Fuck, er kommt zu meinem Gen, ey. Heimlich irgendwo am Ausgang. Ich glaub auch, dass die Gens sehr nah beieinander sind. Ja. Der hat auch Kupfer der Krankenschwester, glaube ich. Der hat mich gerade beim Heilen direkt ein paar Wende gesehen. Super-Brizzler. Was? Der Doktor wurde überarbeitet, der hat jetzt ein Super-Brizzler. Super-Brizzler? Schizzle-Mad-Dizzle? Schizzle-Mad-Dizzle, Foxy-Love-Mad-Dizzle. Drawn-Together-Foxy-Loft, die hat damit angefangen, damals Schizzle-Dizzle. Hey, fuck. Ich muss ganz schnell zum Arzt und schizzle die Dizzle nochmal. Okay. Okay. Please help me, der ist irgendwo. Der ist in der Meer her. Oh, shit. Ja, ich seh's. Ich bin wieder am Einzel-Gen. Immer noch in der Meer her. Oh, ja, bleib hier, bleib hier, bleib hier, dann geht der Gen schneller. Warum? Ähm. Ich kann nicht heilen. Ich kann nicht heilen. Ja. Geh, du mach den Gen. Welchen? Wo? Ich, keine Ahnung, irgendwo wo du halt warst. Ich halt mich irgendwo weiter weg. Ich muss mich eh erstmal beruhigen. Ach, shit, er hat den Typ erwischt. Warte, ich... Soll ich den Gen weiter machen, oder? Ja, mach, 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 mach. Als du da zurück gehst, zum Gen. Shit, schizzle die Dizzle. Schizzle! Fuck. Ich kann den Randy nicht holen. Ich hol den Randy. Ja, Karina, mach den Gen hier weiter, den Einzel-Gen. Warte, ich hab den Gen-Probell auf. Hab ihn. Gen ist fast fertig. Scheiße, der Komm. Gen ist fertig. Sehr gut. Das war der Einzel-Gen, ne? Ja. Fuck nein, der hat mich zur Hölle. Ah, hier ist noch ein Gen, Leute. Ja, aber meiner. Scheiße, ich wusste nicht, dass er nach oben gelaufen kam, Mann. Hier auf hängst du? Kannst du noch hängen? Ja, ja, ich kann noch einmal hängen, aber das war jetzt echt unnötig. Hätte ich gewusst, dass er nach oben gelaufen kam, wäre ich runter gesprungen. Ich hab jetzt nicht aufgepasst. Und er ist jetzt noch hinterm Randy her. Echt? Ja. Ich heil mich oben hoch. Kannst du ihn holen? Ich mach den Gen fertig. Er macht mega-Brizzler. Wow, shit. Gen ist fertig, ausgenossen und gehen auf. Er lässt mich liegen noch. So, ich mach schon mal den einen Ausgang mit meinem Gen-Bar. Er hat mich. Er hat dich. Ja, der ist hinter mir her. Glaube ich. Nee, geht weg. Ich bin komplett hochgeheilt. Ich mach den Ausgang zu der 190 gehofft. Oh, yes. Fuck. Da war mein Gen-Bar. Direkt im Ausgang. Doppel ist hinter mir her. Scheiße. Randy hat mich hochgeheilt. Ausgang ist offen. Schüssel die Disse. Mein Gott. Die Luke ist am Rand. Scheiße. Der andere Ausgang ist offen, oder? Nee, der andere ist. Da bin ich jetzt dran. Okay, gut. Meine ist offen. Das ist überhaupt gar nicht. Vorsicht, Mega-Brizzler. Ach, leck dich doch am Arsch, Alter. Also das mit dem Bristler geht mir echt auf den Sack, muss ich sagen. Das ist wirklich ne richtige Scheiße, Alter. Vorsicht. Nein, falscher Knopf. Karina und Randy kommen auf mich zu. Schaff's nicht raus. Schaff's nicht raus. Ich schaff's nicht raus. Ja, ich bin hier direkt vom Ausgang. Ich hänge direkt vom Ausgang. Der Ausgang ist mehr oder weniger raus. Ja, ist doch super. Wir sind jetzt zu dritt. Er kommt direkt zu euch. Dann machen wir erst den Ausgang auf. Dann machen wir erst den Ausgang auf. Dann machen wir erst den Ausgang. Genau. Nee, ja. Also der ist schon offen, ne? Man muss ihn noch antippen. Ich tipp ihn schon mal an. Boah, fuck. Ich hab Berg. Ja, gut. Komm, go. So. Mit einem Schrei nach draußen. So, bleib stehen. Genau. Nö. Karina, kommst du zurecht? Bist du da? Hat mich da. Sie ist, David. Äh, shit. Wir müssen zurück. Ach, was machen der? Beruhig dich erst mal Berg. Das ist scheiß beruhigend, Alter. Ja, nachher kannst du nicht bei Fenster springen. Oh. Fuck. Fuck. Ist er tot, ne, oder? Ich glaube, ja. Scheiße, können wir noch in Blocken? Blockieren, blockieren, blockieren. Ja. Lauf. Nein. Ich darf. Ich muss da. Ja, scheiße. Nein, fuck. Nein. Valeu, wasp. Haha. Boah! Boah, sieh's templen Wie das aussieht Tschüss Hast du schon was von einem Suf getrunken? Ja der ist ausgetrunken Schade dass der Randy nicht überlebt hat, das war halt schade Wie findest du den? Die Schiller decken müssen irgendwie Ja ist gut Wie findest du den?